20th Century Foxtrotz ist ein Projekt, das eine große Anzahl von Weltersteinspielungen präsentiert, Foxtrotz, Charlestons oder Bostons oder Tangos, von klassischen Komponisten aus den 20er und 30er Jahren, die alle von der Jazzwelle beeinflusst wurden, die nach dem Ersten Weltkrieg nach Europa herübergeschwappt ist. Das Spannendste vielleicht an diesem Projekt war, in Archiven und Nachlässen in ganz Europa eigentlich zu forschen und zu sehen, was es alles gibt, sehr vieles noch in Handschriften natürlich von den Komponisten und das hat unglaublich viel Spaß gemacht, da Schätze zu heben. Jetzt lebe ich seit zwei, drei Jahren in Berlin und ich denke, es ist kein Zufall, dass dieses Projekt über die wilden 20er Jahre mich hier so sehr gefesselt hat und diese Stadt heute auch immer noch so inspirierend ist, so ein Projekt zu entwickeln und dann auch hier aufzunehmen. Diese CD wird jeden Spaß machen, der sich für die 20er und 30er Jahre interessiert, für das Gefühl, für das Zeitgefühl von damals und es sind unglaublich eingängige Hits, würde ich sagen, oft auf den CDS. UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF, 2020